Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge von MiniCraftAttack5, heute wieder mit Street, hallo. Ja moin, Alter, was ist denn je passiert? Ja, das ist ein richtiger Ehrenbruder, der hier oben thront, ja. Ist einfach mal Ehrenbruder Kylo gebaut, also so als Tempel. Kylo? Ja, Kylo, da oben. Alter, sonst Star Wars, Alter, was ist mit dir denn los? Äh, echt? Ja, Kylo Ren, Alter. Ja, kann sein, äh... Alter, gut, lass mal an, ich bin Bro. Ey, yo, das ist ja, ist halt ja ein Herz und eine Seele. Ich brauch mal wieder Axel Voss als Pferd. Ja, stimmt, oh nee. Mach ich mal ganz schnell, Nils. Ja, stimmt, da kannst du hier auch noch einen Stall bauen. Ich baue ohne Leiden. Das sieht hier aus wie eine Mischung aus einer Garage und einem Stall. Aber, ja, ist schon ganz cool. Äh, kann ich nichts. Ja, den brauche ich auch noch. Muss aber mir den Lambo sponsern, ja, weil ich hab ja das Geld nicht. Ja, naja, das ist das Problem, ne? Du musst doch kein Geld. Tja, weil ich nur als Penner auf der Straße rumliege. Ja. Verkaufst du deine Hausarbeit für ganz viel Geld. Ja, stimmt. Ach, der Neger, du kriegst die Hausarbeit nur, wenn du mir 50.000 Euro zahlst. Dann kannst du die lesen. Ja, geil. Ich glaub, das wird safe gut. Ja. Ja, muss man mal ausprobieren. Die machen das wirklich. Okay. Die wollen das ja lesen. Ja. Das ist irgendwie keine schlechte Note geben. Kannst du mir nämlich anzeigen. Schlechte Note. Ja, stimmt, auf Schadensersatz kann ich die dann verklagen, ne? Wenn es schlechte Note gibt. Ja, geil. Weil, kann ich schön hier sagen, boah, shit, ich konnte Streets-Videos nicht gucken, wegen der Hausarbeit. Jetzt will ich aber Geld haben. Ja, Schadensersatz. Ja. Oh, Mann. Na, jedenfalls hab ich offscreen noch was gemacht. Und zwar, äh, hier die Bahnstrecke bisschen weitergebaut. Dann war ich noch Farmen. Ich weiß gar nicht, was ich alles bekommen hab. Auf jeden Fall Lapis und Redstone. Redstone-Blöcke brauche ich halt hier zum Bepowern der Rails und so. Und ja. Dann weiß ich gar nicht, was ich noch so gemacht hab. Bestimmt noch ein paar Sachen. Ja. Alter, wir können immer den Anblick hier. Ja. So, bevor ist das Back. Oh, krass. Das ist eher ein Pferd. Aber die Pferderüstung, die hast du, gell? Alter, kann ich mich erinnern. Die hast du mal gefunden, ne? Ja. Oder, oder ist das jetzt hier eine... ...eine freie Erfindung? Der wird das hab ich gefunden, im Tempel. Das ist halt im Dungeon. Ach so. Das ist ein Mannschaftskissen da. Ja. Okay. Na, dann will ich das mal glauben, ne? Gerne. Ja. So, ähm... Die Frage ist, wie geht's denn hier weiter mit den Gleisen? Da kannst du ja mal gucken. Warte. Also, dass du mal so ein bisschen hier sagst, okay. Keine Ahnung. So muss das sein. Und den Leuten zeigst, wo der Hammer hängt. Ja. Also, jetzt Kevin, der ja noch spielt. Ja, das ist ein richtiger Ehrenmann, ne? Er hat mir nämlich auch Ehrenbruder Kylo geschenkt. Und was wäre Karl-Heinz Weizen? Der ist kein Ehrenmann mehr, oder? Ähm, Karl-Heinz Weizen? Ja, der kommt noch. Ich glaub, den hab ich schon gefischt. Wir brauchen echt so einen Meme-Raum. Ja, klar. Wir brauchen, äh, eine Hall of Meme wieder. Hab ich ja Rietze vorgeschlagen, aber der hat gesagt, nee, nicht in diesem Projekt. Aston Tiny CA 8. Alter. Der kriegt so viel Beef. Ja. Das kann ich dir gar nicht vorstellen. Ah, nee, jetzt nicht schon wieder. Kann man gar nicht erst nicht an den TN 7 mitmachen, oder TN 8? TN 8? Das kann ich nicht abschminken. Ja, da wird sie nicht mitmachen. Ne, wenn er sowas sagt. Äh, achso. Ist für mich kein Craft-Attack, Alter. Hm. Wie, wieso ist das kein Craft-Attack für dich? Ist ja komisch eine Amplified-Welt. Kann man hier gar nichts bauen. Achso, aber... Aber eigentlich, gerade diese Amplified-Welt, die macht ja Craft-Attack aus. Nö. Nicht? Mini-Craft-Attack ist nur in der normalen Welt. Von Kyojin. Ja, außer Mini-CHA 3. In dieser Welt her ist noch der Geist von Kyojin. Ja. Und wenn die CA 7 oder 8 ist ja nur Comerz. Hm. Ja, aber hier Mini-Craft-Attack 6. Ne, welche war das? Äh, Mini-CHA 3 war ja von Kyojin. Da war ja diese fette Amplified-Welt mit ohne Wasser. Ja, das war doch legendär noch. Ja. Aber war halt auch keine normale Welt. Mini-CHA 1, 2 und 4. Und 5. Hm. Man sieht ja was da, dass das Brick gefloppt ist, eigentlich. Ja, und Tiny-CHA 5 und 6 waren ja auch eine Flat-Welt. Ja, und Tiny-CHA 5 war ich mir so nicht dabei. Ja. Naja, aber... Tiny-CHA 6 haben ja noch viele Folgen gebracht. Ja. Ja, lassen wir noch auf Aero-Open-X. Ich glaube, das Amplified-Begung ist schuld an meinem Abschluss gewesen. Das war damals auf meinem Kanal. Hä? Echt? Als du das gesehen hast, so am 2.1., bei der 1. Aufnahme, hast du gedacht, okay, jetzt werde ich zum Goat. Ich glaube, da war irgendwie so ein Geist. Ein Geist. Der ist in meinen Kopf gegangen und dann... Ich habe keinen Bock mehr. Alles wegen der Amplified. Also Rizmo ist schuld. Ha! Ich finde, schöner Titel, Ansage an Rizmo. Oh, nee. Nicht schon wieder. Doch. Wie jede zweite Folge bei dir. Jetzt beginnt der Krieg. Ja, Kriegslogo wieder ausgepackt. Dann geht's hier los. Ja, woher ich setze denn das hin? Überall in der Stadt. Das wird beim Troll für Rizmo mit auf den Zorakon. Sogar im Survival. Ja, so. Aber, ja genau, genau. Wenn du es im Survival baust, dann kommt er vielleicht sogar. Aber das Ding ist, er hat jetzt seinen Minecraft-Account, der wurde irgendwie gehackt. Ja, das hast du dir verdient. Da hat er gestern nämlich einen Stream gemacht, wo er da einfach gehackt wurde, der Account. Er hat gesagt, alle Accounts wurden gehackt, die in Tiro mitgemacht haben. Was? In Tiro? Ja. Nee. Doch, hat er gesagt. Nee, das Problem war irgendwie, seine E-Mail war weg. Ja, also, ganzen Mails, die... Nee, das lag nicht an Tiro. Hat er gesagt, doch. Hä? Gönn safe. Hm. Ja, keine Ahnung. Ich musste mir den Stream mal angucken. Er hat da nämlich einen Stream gemacht. Und, ja, keine Ahnung, was er da so alles gesagt hat. Da war er irgendwie mit Julia und... Ja, der andere war irgendwie so ein Russe, der ihn gehackt hat. Der kam dann auch in den Stream und hat dann was reingeschrieben. Und, ja, der hat gesagt, er hat den Account angeblich für drei Euro gekauft irgendwo. Auf irgendeine Website. Geil. Und dann hing halt die E-Mail-Adresse mit dran. Könnte, hat er Zugang auf alle E-Mails. Alle Konten, die über die E-Mail laufen irgendwie. Und, ja, da hängt halt irgendwie viel jetzt mit dran. Koch, wir haben die E-Mail-Adresse auch nicht joint. Das Projekt gleich regnet. Och, komm. Nee. Ich kann auch was sagen. Ich hab den Anbänger ge-ingangiert da, den Typen. Aus Russland. Achso, nee. Äh, das kann doch nicht... Das war ein Auftragslecker von mir. Ach, shit. Alter, da ist auch ein Mika im Projekt. Aus dem Mika? Ja, der ist neu. Der hat einen Briefkasten, Alter. War keiner aus. Ja, na doch. Der baut unter Wasser. Oh. Hat der... Lass ihn mal bannen. Lass ihn, was er so baut. Nein, der Arme. Lass ihn. Wieso willst du immer alle bannen? Und dann sagst du immer, dass keiner aktiv ist. Wow. Ja, weil alle irgendwie aktiv sind, deswegen werden die gebannt. Das war eine Regel. Nein. Regelverstoß. Ach. Ja. Aber wenn sie gebannt werden, dann können sie erst recht nicht mehr aktiv sein, weil das widerspricht sich ja irgendwie. Du musst es dir irgendwie anders auf den Server locken mit Süßigkeiten oder sowas. Mit Süßigkeiten, alles klar. Oder du machst einen Pay-Safe-Card an die, die hier aktiv spielen. Alter, scheiße. So. Bei der PSC-Verlosung, da sind immer viele Leute dabei. Alter, ich habe auch mal überlegt, eine zu verlosende PSC, dann kannst du, ja, hast du eine Chance zumindest, und wenn du gewinnt kannst, kannst du die dann wieder weiterverlosen. Alter, dann bräuch ich dich selber. Dann krieg ich sie wieder. Dann kaufe ich Rasmus einen Microsoft-Account. Oh, nee. Ja, aber wer kauft bitte einen Account für drei Euro, ey. Also, wie geht das? Das kann doch nicht sein, so. Ich habe damals 20 Euro vorausgegeben. Ich habe manchmal verkauft. Der für drei. Hm. Vielleicht, vielleicht auch was Funges vergehen. 17 Euro sparen. Das ist genial. Ja, die Russen, die haben halt die Geschäftskonzepte am Start. Die Russen, die haben jetzt noch einen längeren Hebel. Hm. Oh, nee, das ist einfach nur schlau. Schnäppchenjäger. Auch dem Angebot, Minecraft-Accounts. Kilotropical-Accounts oder so. Wow, ey. Lass mal mit Battlecraft nach Russland marschieren. Oh, ja. Bei Battlecraft, da kam nämlich wieder ein Video. So eine Compilation mit Jullo Eskemen. Wo so Bilder waren von, ja, wo die beiden so verliebt irgendwie sind. Das glaube ich jetzt nicht, Alter. Ist auch fürs deutsche Land kämpfen. Ja, naja, das macht er noch nebenbei. Aber Jullo Eskemen ist hier richtiger. Er muss mit Herzen dabei sein fürs Land. Ja, ist er ja auch. Ja, natürlich nicht. Aber. Er ist abgelenkt. Na ja, doch. Man muss ja auch mal was anderes machen, als immer nur kämpfen, weißt du. Seine privaten Gefühle sind eben wichtiger. Ja, nicht den ganzen Tag. Ja, keine Ahnung. Es gibt nur Schwierigkeiten. Ne, das kann es nicht sein, dass man nur an der Front hängt und irgendwie marschiert oder sowas. Ja. Hallo? Da kommt der Eindruck, weil er fehlt da an der Front. Weil er dann einen Compilation schneidet. Dann verliegen wir. Ja, aber. Das ist halt. Ja, jetzt hast du mich ausgemerzt. Jetzt habe ich keine Argumente mehr. Ja. Passiert. Ja. Ich melde Goat. Ja. Schmeckt. Schmeckt voll. Ich brauche ja Steaks oder so. Ja. Klar. Kommt die Folge bei dir eigentlich heute oder morgen? Keine Ahnung. Was bedeutet heute überhaupt? Heute ist Donnerstag, ne? Jo. Stimmt. Kommen wir eigentlich bei dir mal wieder Folgen, wo du alleine bist? Keine Ahnung, glaub nicht. Im Moment nicht. Hä? Hä? Warum? Kein Bock. Weißt du doch. Ach man. Ach man. Das ist doch scheiße. Was ist das jetzt? Ist das jetzt die letzte Folge von Mini-C-Out oder was? Nö. Nö. Das hört sich ja schon mal gut an. Na ja, dann versuch mal irgendwann später weiterzumachen, wenn du Lust hast. Das wäre schön. Ich hab gerade mal so eine Krise. Achso. Wieso? Was ist denn? Keine Ahnung. Die Motivation ist ja back. Ach. Ja, die Zeit ist back. Beef ist back. Wow. Hmhm. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal ertrage, sondern Goldfeuerzinde. Diesmal noch da die Goldphase. Nee, die war ja zwischendurch weg. Ich hatte immer Gold im Namen stehen gehabt. Ja, trotzdem. Ach. Ach. Ich guck, was auch so Mika macht. Zum Haus. Hm. Leu. Der Zeiff noch nicht, außer dem Briefkasten. Doch, der hat so einen Geheimgang irgendwie. Aber den darf ich, den darf ich keinem zeigen. Na, egal. Der Geheimgang hat er schon mal gefunden. Ja. Das war jetzt nicht so schwer. Ja. Ja. Na dann. Dann trifft mich ja keine Schuld, ne? Doch, irgendwie schon. Wieso? Guck, keine Ahnung. Einfach so. Jetzt, jetzt. Jetzt bringen mich nicht ins Schwitzen. Ja. So, oh, schön Terraform, ey. Das beruhigt die Seine. Oh ja, geil. Da freut mich auch viel Folge mit Terraform. Hm. Ich glaub, das Folge 17 bei mir. Ja. Kann der Crawfing Table eigentlich weg bei meinem Bahnhof hier? Was ist bei deinem Bahnhof? Der Crawfing Table kann ja weg. Ich denke schon. Verstanden, Claire. Diesen Ding hier. Hier so. Ähm. Ach so, ja, na klar, der kann weg. Das sieht ja blöd aus. Ich muss jetzt mit dem Teorieren jetzt hier. Was mal losgeht. Naja, hier muss noch irgendwas hin, so. Keine Ahnung. Sitzbänke. Wie mir ist der vier. Ja, stimmt. Und. LOL. Vielleicht bei Plätze für Prostituierte oder so. Ja, das kannst du ja bauen, ne. Ja. Genauso wie die Sitzbänke. Und ja. Dann würde ich meinen, das war's auch schon, oder? Warte, ich brauche jetzt Sitzbänke. Jetzt vergesse ich dann, bis zur nächsten Folge in fünf Monaten. Na, stimmt, weil du dir erst in zwei Wochen aufnimmst. Erst nach dem Urlaub zurück bist. Ah, na toll. Dann dauert's ja ewig. Alter, gönnt dir das geile hier. Dieses geile Teil. Allein ein kuscheles Fenster hier ist kacke. Hm. Naja, das, ich würde sagen, wir machen die Banker hier so schräg hin. Also so. Vielleicht, ne. Ja. Dann kann man hier so warten. Irgendwie. Und Däumchen drehen, ne. Und, keine Ahnung, Drogendielen. Oh, jo. Drogendealer brauche ich noch hier. Ja. Dann kommt man hier so lang. Naja, das ist natürlich ein bisschen problematisch, ich würde sagen. Das ist ein Bug, gell, bestimmt. Ja, das ist ein Bug. Das ist natürlich im Survival. Ja. Selbstverständlich. Ja, auf Ehre. So, was steht da jetzt? Ah, Ehre. Ja, dann kannst du noch so, wie heißt das? Lehnen machen, so Armlehnen, genau. Äh, die Abfahrtzeiten brauchen wir noch, ne. Das ist eigentlich... Ach, das war Tudeln, kack. Abfahrt. Abfahrt. Zwölf Uhr. 53. Nach... Äh, Wiesbaden. Ach nee, nach Wiesbaden fahren wir jetzt echt nicht. Hm. Geht nur nach Ibiza hier. So, und dann... Nach Ibiza. Dann müssen wir direkt mal eine schöne Baustelle erstmal hier bauen. Wie in echt auch. So, jetzt habe ich doch schöne Abfahrten hingeschrieben. Ah, das ist noch, äh... Muss man da jetzt hier so sich ducken, damit man da drunter... Das ist eine Baustelle, Alter, wie in echt. Achso. Ja gut. Das muss ja sein. Wollte ja wirklich so schreiben. Hm. Na, dann. Sieht doch schon mal gut aus. Na? Und Lütten gibt's auch schon. Hm. Du hast ein paar besorgen von deiner Hausarbeit. Ja, okay. Na dann, beeil ich mich mal. Bis zur nächsten Folge am besten morgen. Ja. Ja, moin. Also beeil dich. Äh, ich weiß nicht, ob ich das so schnell schaffe. Alter. Ich dachte, ich bin schon noch in der Uni. Äh, nee. Also ich gebe die, ich gebe halt die Hausarbeit per Post ab, ne? Per Post, Alter, nein. Doch. Wir haben keine Baustelle hier. Ja, wo, doch. Bei uns gibt's eine. Aber in Miniserie nicht. Achso. Du musst auch mal schreiben, 5 Euro DLC. Dann kriegst du hier die Hausarbeit. Pro Seite. Ja. Jeder Seite kostet 10 Euro oder so. Ja. Klar. Plus 5 Euro gab Verabendungsbebühr. Nämlich so reich. Da bin ich rich. Mach riesige Absätze. Absätze, ja. Auf dem Absatzmarkt. Viel, viel Cash. Na, Cash Royale. Was tun wir denn? Soll essen werden. Das ist eine Auswölbung, ja. Das ist ja komplett sinnlos. Damit man hier dazwischen stehen kann. Das ist ein richtiger deutscher Bahnmitarbeiter. Ja. Ich bin so der Bauer des Berliner Flüge. So was können wir in Deutschland auch sehen. So eine Stelle. So kann man bei Galileo Beat Peaches oder so eine Stelle. Ja. Ja, wahrscheinlich weil irgendwie so ein Naturschutzgebiet hier ist oder so. Denkmachschutz. Dieser Block hier in der Mitte. Weil hier vielleicht so ein Vogel sein Nest baut oder so. Sollte nicht so so sein. Naja. Alter, wir sind bei 20 Minuten, ey. Scheiße, ciao.